Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Aselotten unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Goldfever und für diesen müssen wir Priesterin Alun Saar in Altal das Saar auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr die tödliche Verderbnis besiegt habt. Und zwar, was ist die tödliche Verderbnis? Die kommt zustande, wenn man das Ad komplett ignoriert. Ihr seht schon, das Ad läuft hier freudig außen rum und zockt einfach hier so diese Blutlachen. Das muss einfach einige von diesen Blutlachen zocken und verwandelt sich irgendwann. Ihr braucht eigentlich den Boss nicht großartig Damagen, weil ihr seht, die haben halb runtergehauen. Wenn wir die Blutlachen nicht weghauen, haben wir die Problematik, dass sie sich eh wieder hochhalten. Also ist es relativ wurscht. Ihr müsst das Ad auch nicht tanken, hier kommen relativ schnell neue Blutlachen und es kann quasi die nächsten aufsocken. Ihr solltet bloß ein zweites Ad dann schnell killen, sonst zocken sich die gegenseitig, die Blutlachen weg und das wollen wir eher verhindern. Deswegen, ja, einfach die Ads, die danach kommen, umklatschen und warten, bis sich unser Ad hier einmal verwandelt hat. Und das muss schon, wie ihr gesehen habt, ganz schön viele Blutlachen aufsammeln. Ihr habt gesehen, jetzt hat es genug aufgesammelt, wird es sauer und jetzt könnt ihr es quasi umboxen. Und sobald ihr das umgeboxt habt, spielt ihr den Kampf einfach ganz normal, so wie ihr es kennt. Also heißt es, alle Ads töten, alle Blutlachen, die jetzt kommen, könnt ihr wieder aufsammeln, müsst ihr auch aufsammeln, sonst heilt ihr sich schlichtweg gegen. Und sonst ist eigentlich nichts Besonderes mehr hier am Kampf dabei. Vielleicht als Randnotiz. Ihr seht, da hinten haben wir die ganze Zeit einen Mob gecaged. Dieser Mob ist für einen anderen Erfolg. Für Hex und Hop, da hatte ich auch schon ein Video gemacht, beziehungsweise wenn ihr die Gesamtreihe schaut, war das wahrscheinlich das, was davor gezeigt wurde. Da ist es einfach nur wichtig, dass wir quasi den Mob CC'd lassen und kurz bevor der Boss stirbt, aus dem CC rausholen und wir uns von dem Debuff abholen, um quasi das andere Achievement zu bedienen, was hier bei jedem Boss nötig sein wird. Und dementsprechend, ja, kann man das hier mit dem Achievement ganz gut kombinieren, mit dem End Boss Achievement eher weniger. Aber das hatte ich euch ja im anderen Teil schon erzählt. Ja, mehr ist es für dieses Achievement hier nicht an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!